Und bei Pepe Jeans. Jawohl, ich würde sagen, hallo Weihnachtsgeld, tschüss Weihnachtsgeld. Hallo, guten Morgen. Wir starten heute den Vlog im Auto, sorry dafür. Ich bin gerade unterwegs, ich brauche ein paar Sachen und zwar bin ich jetzt hier in einem Outlet. Ich musste ziemlich weit fahren, muss mich auch total beeilen, aber mein Mann, der braucht ein paar Klamotten. Passt das alles nicht mehr so gut, außerdem steht Weihnachten vor der Tür. Es ist früh am Morgen, die Kinder sind schon in der Schule. Ich muss mich allerdings ein bisschen beeilen, denn die Fahrt hierher ist recht lang und ich muss ja rechtzeitig wieder daheim sein. Ich nehme euch wieder mit auf diese kleine Reise. Ich bin gespannt, ob ich eine Shoppingausbeute haben werde. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie das mit euren Männern ist. Sagen die, ne, zwei Pullis im Schrank, die reichen und eine Hose. Oder sind die eher wie wir Frauen, ne, so, ähm, doch öfters mal shoppen gehen. Das ist ja total unterschiedlich, wobei die meisten Männer ja eher nicht so Shopping-begeistert sind. Also meiner zumindest nicht. Und deshalb kaufe ich ihm die Sachen und wenn sie ihm nicht gefallen, dann bringe ich sie wieder zurück. So ist es. Außerdem hat er wenig Zeit und deshalb machen wir das sehr selten zusammen. Außer vor zwei Wochen, glaube ich, war es. Da war es richtig cool. Da war er dann aber so nach eineinhalb Stunden auch recht doll genervt. Ja, so ist es. Nix als die Wahrheit. Ich muss mich jetzt beeilen und wie gesagt, ich nehme euch mit und wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Warum fuchtel ich so mit meinen Händen rum? Vielleicht, weil ich Italienerinnen bin. Also, los geht's. Ich muss flüstern. Das ist voll peinlich. Ich bin gerade in der umgeleide Kabine, die riesig ist. Schau mal, wie riesig die ist. Ich bin jetzt vielleicht gerade Florian. Ich habe tatsächlich auch schon ein bisschen was gefunden für meinen Mann. Zwei Teile für mich. Ein bisschen mehr. Ja, klar. Da ist meine Shopping-Bag. Ich probiere jetzt mal an und hoffe aber natürlich, dass für meinen Mann einiges dabei ist. Also, die Sachen für meinen Mann probiere ich natürlich nicht an. Die Sachen für mich probiere ich nicht an. Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Also, ich muss mich behalten. Bis gleich. Yes. Yes. Meine Jogginghose. Die kann ich doch hier super drüber ziehen, oder? Okay, das ist jetzt einfach nur so eine Jogginghose, ne? Die ist mir zwar zu groß, aber die soll ja bequem sein. So, und das ist jetzt voll blöd, weil jetzt muss ich das Kleid ausziehen. Wegen dem Make-up, ne? Wer kennt's? Wahrscheinlich nur ich. Egal. Ich kann euch ja mal kurz zeigen, was ich noch so alles jetzt einfach mal mitgenommen habe. Das ist für mich. In verschiedenen Größen, weil ich halt mal gucken wollte, welche besser aussieht. Und der hier, der ist für meinen Mann. Den fände ich besonders schön. Also, da gefällt mir halt die Farbe voll gut, ne? So sieht das jetzt aus. Und dann noch den hier. Irgendwie stehe ich voll auf die Farbe. Und dann habe ich noch Socken für mich. Und den Pulli hier noch für meinen Mann. Ja, mal gucken. Mal gucken, was ich davon jetzt mitnehme. Das habe ich gemeint. Ja, das Kleid ist ganz frisch. Und das ist so blöd, das auszuziehen. Es ist egal, wie vorsichtig ich bin. Und ich habe mich ja jetzt echt nicht zugekleistert, ne? Aber es bleibt immer was hängen. Scheiße. Okay, auf geht's zur Kasse. Okay, Leute, ich bin wieder zurück. Ich bin total kaputt. Ich glaube, ich war ziemlich erfolgreich. Mal sehen, wenn mein Mann sich die Sachen dann anprobiert hat. Ob ich immer noch so erfolgreich war. Jedenfalls habe ich ihm eine neue Winterjacke gekauft. Denn seine Jack Wolfskin Jacke hat er irgendwo liegen gelassen. Die hatte ich ihm auch mal geschenkt. Vor, keine Ahnung, drei Jahren oder so. Die war super schön. Total warm. Habe ich auch voll oft morgens zum Gassigehen angezogen. Weil die so kuschelig war. Ich habe die total geliebt. Und jetzt hat er keine Winterjacke. Jedenfalls hoffe ich, dass die passt. Dann war ich ja noch bei Ralf Lauren. Habt ihr gesehen. Bei Tommy Hilfiger. Hier und bei Pepe Jeans. Jawohl. Ich würde sagen, hallo Weihnachtsgeld. Tschüss Weihnachtsgeld. Ja, leider. So ist es. Also gut, ich mache jetzt mein Navi an. Und dann geht es nach Hause. Meine Kinder kommen dann auch bald und haben Hunger. Und drückt mir die Daumen, dass jetzt wenigstens irgendwas passt. Ich hoffe es. Hallo, hallo. Da bin ich wieder. Nicht wundern. Ich habe mir was anderes angezogen. Ihr habt ja gesehen, was mit meinem Kleid passiert ist. Ich bin auch schon eine ganze Weile zu Hause, weil der Gärtner da war. Deshalb steht auch hinter mir der Tischkicker. Der steht ja eigentlich da drüben. Aber er hat jetzt schon mal ein bisschen was vorbeigebracht für meine Weihnachtsdeko. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich mir in diesem Jahr was Neues für unsere Galerie wünsche. Er ist noch nicht fertig. Es ist auch gut, dass ihr nicht seht, was hier vor mir los ist. Hier steht noch die riesengroße Leiter und so weiter. Aber wenn es dann fertig ist, dann zeige ich es euch natürlich. Ganz viele von euch haben sich das nämlich gewünscht. So wie ganz viele mir auch geschrieben haben, jetzt auf Snapchat und auf Instagram, ob ich nicht zeigen könnte, was ich denn jetzt so geshoppt habe. Was mein Mann bekommt, was ich mir jetzt noch gekauft habe für Weihnachten. Das zeige ich euch jetzt alles. Der Postbote war auch da. Der hat mir zwei Pakete gebracht. Die möchte ich euch auch noch ganz kurz zeigen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal. Ich muss nämlich jetzt gleich auch kochen für meinen Mann, weil er ja nicht so lange Mittagspause hat. Kochen ist übertrieben. Das würde ich jetzt so heute gar nicht sagen. Ich mache was ganz Schnelles. Das zeige ich euch jetzt aber auch gleich im Anschluss. Also ich zeige euch jetzt, was in diesem Paketchen hier ist. Und zwar ist es eine Kooperation mit Ors Organite. Ihr wisst, ich bin immer ehrlich mit euch. Ich hoffe, dass ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Jedenfalls habe ich schon im letzten Jahr mit ihnen kooperiert und war super zufrieden. Denn wir stehen total auf Edelsteine. Es ist tatsächlich so. Meine Mama ist ein ganz großer Fan von Edelsteinen. Und deshalb wird dieses Paketchen an sie gehen. Ich packe das dann alles noch schön ein. Und schenke es ihr. Den Edelstein, den ich ihr im letzten Jahr geschenkt habe. Den hat sie zum Beispiel auch zur Kommunion von Lissandro getragen. Da habe ich mich total gefreut. Und wenn sie ihn nicht trägt, hat sie ihn in ihrem Schlafzimmer. Weil sie da einfach unglaublich viel Energie und Kraft tankt. Sie beschäftigt sich auch wirklich mit diesem Thema. Also ganz stark. Ich auch, muss ich sagen. Wir waren ja vor zwei Wochen zum Beispiel im Crystal Beach. Und es ist einfach so schön, wenn man dort ist. Das ist so eine ganz besondere Energie. Tatsächlich. Also ich kann euch mal einblenden wie Lissandro. Wir haben so einen Boomerang gemacht für Insta. Das war total schön. Und dieser Edelstein, der fasziniert mich so sehr. Weil ich mir immer denke, aus was wird das hergestellt? Wie entsteht sowas? Also es ist ganz spannend. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe schon wieder ein bisschen ausgeholt. Was ich aber noch sagen möchte, ist, dass meine Kinder zum Beispiel immer diese Bernsteinkette getragen haben, als sie noch klein waren und Zähne bekommen haben. Weil man sagt, dass dadurch der Schmerz genommen wird. Und ich habe so schöne Bilder, auf denen zu sehen ist, dass meine Kinder eben diese Kette tragen. Ja, ich hole schon wieder aus. Also das ist der Pranatropfen für meine Mama. So sieht er aus. Und zwar nennt er sich Blume der Venus. Und der ist handgefertigt. Also ein Unikat, so wie alle dort. Und das finde ich halt ganz besonders, dass das einfach ganz, ganz persönlich ist. Und auch hier mit diesem Band oder beiden Bändern. Man kann natürlich auch eine Kette dran machen, die man zu Hause hat. Oder kann sich noch eine dazu bestellen, vergoldet oder versilbert, wie man das eben möchte. Und wie gesagt, ich habe mir dazu schon so viele Gedanken gemacht, aus was die denn so hergestellt werden oder wie die überhaupt entstehen. Da sind natürlich Edelmetalle drinnen, Edelsteine, ganz klar. Und dann Kunstharz. Und noch irgend so was anderes, das ich nicht aussprechen kann. Irgendwas mit R. Ich blende es euch mal ein. Ich habe Angst, das auszusprechen. Nicht, dass ich es falsch sage. Jedenfalls, ja, habe ich mich total gefreut über diese Anfrage. Und habe sie deshalb auch angenommen. Und, ja, ihr wisst, dass ich euch das ja immer sage, ne? Also so viel dazu. Das wird meine Mama bekommen. Das werde ich schön verpacken. Da wird sie sich mit Sicherheit freuen. Und ich hoffe so sehr, dass wir in diesem Jahr bei meinen Eltern Weihnachten feiern können. Das steht für uns ja immer in den Sternen, bis zur letzten Minute, ob das vom Geschäft her geht. Und ich würde es ihr sehr, sehr gerne persönlich überreichen. Ansonsten muss ich es verschicken mit der Post. Ja, drückt mir die Daumen, dass das auf jeden Fall klappt. Dann kommen wir jetzt mal zur Jacke, die ich für meinen Mann gekauft habe. Habe euch ja erzählt, dass er seine gute Winterjacke irgendwo liegen gelassen hat. Ja, das muss man auch erst mal schaffen, ne? Jedenfalls war ich bei Wellenstein und habe diese Jacke hier mitgenommen. Die ist so ultraschwer. Wahnsinn. Also die wird ihn auf jeden Fall warm halten. Was mir nicht gefallen hat am Anfang, waren diese riesigen Taschen hier. Könnt ihr das sehen? Die sehen so aus. Aber angezogen sieht es echt gut aus. Ich habe auch nicht gewusst, ob ihm so ein Kragen hier steht. Aber mir gefällt sie total gut. Und ich habe tatsächlich mal geschaut im Internet, weil mein Mann mir das ja immer nicht glaubt mit den Preisen. Der sagt immer, Öh, Outlet stimmt gar nicht, was sie da behaupten. Aber tatsächlich ist diese Jacke 100 Euro teurer im Internet. Und deshalb habe ich mich total gefreut, dass ich diesen Schnapper gemacht habe. X-Kalibur nennt sie sich übrigens. So, dann machen wir mal weiter mit Ralf Laureen. Ihr habt ja gesehen, dass ich auch dort war. Und zwar habe ich meinem Mann noch einen Pulli mitgenommen für Weihnachten, damit er schön schick ist. So sieht er aus. Mir gefällt die Farbe total gut. Den werde ich jetzt auch nochmal für meinen Papa kaufen, damit ich dann auch ein Weihnachtsgeschenk für meinen Papa habe. Allerdings in einer anderen Farbe. Ja, da gab es nämlich mehrere. Und der hat gekostet 74,99 Euro. Finde ich jetzt für Outlet schon auch sehr teuer. Aber für Weihnachten, denke ich, geht es voll klar. Dann ist er schön schick. Und ja, das ist also auch noch für meinen Mann. Dann habe ich mir eine Jogginghose mitgenommen. Die habt ihr ja auch gesehen. Für 64,99 Euro finde ich es auch voll der heftige Preis für eine Jogginghose. Ich habe natürlich auch günstigere von H&M und so weiter. Aber die habe ich mir so sehr gewünscht. Die ist so kuschelig. Und ja, das ist auch ein Weihnachtsgeschenk für mich, von mir. Dann habe ich mir eine Bluse mitgenommen für die Arbeit. Ich trage total gern Blusen. Einfach eine schlichte weiße. So sieht die aus. Habt ihr ja auch schon gesehen in der Umkleide. Und dann habe ich mir noch ein T-Shirt mitgenommen. Ein ganz schlichtes. Das sieht so aus. Das habe ich extra größer genommen, weil ich das so schön weit tragen möchte. Dann habe ich mir noch Socken mitgenommen. 9,99 Euro. Dachte, ich gehe voll klar für drei Paar. Also da kannst du echt nichts sagen. Und dann war ich bei Pepe Jeans. Ich liebe Jeanshosen von Pepe Jeans. Ich finde, die haben einen richtig coolen Schnitt. Die Farben gefallen mir total gut. Und ich bin halt sehr gern bei Pepe Jeans. Ich habe mir keine Jeans mitgenommen. Wie oft habe ich jetzt Jeans gesagt? Aber ich hatte dann leider keine Zeit mehr. Deshalb ist es dieser Pulli hier geworden. Der sieht so aus. Den habe ich extra ganz groß genommen. Der gefällt mir vom Stoff her total gut. Und ich habe mir überlegt, dass ich die weiße Bluse dann drunter tragen werde. Ja, mit einer schönen Jeanshose. Denke ich, passt das ganz gut. Schreibt mal in die Kommentare, wie oft ich jetzt Jeans gesagt habe. Ja, und dann habe ich mir noch diesen wunderschönen Pulli hier mitgenommen. Für zu Hause. Und zwar habe ich mir den auch extra groß genommen in M. Der hat gekostet 45 Euro. Ja, und der sieht so aus. Und der hat gekostet, sage ich euch auch, 59 Euro. Ist jetzt, wie gesagt, für Outlet. Ja, schon ein bisschen viel, ne? Aber gut, dafür habe ich bei Tommy Hilfiger ein Schnäppchen gemacht. Und zwar habe ich diese Hose hier mitgenommen. Die sieht so aus, in Grau, mit einer Bügelfalte. Und ich mag das, wie die hier oben geschnitten ist. Weil hier der Reißverschluss ist. Das mag ich sehr, sehr gerne an Hosen. Und das war die letzte Größe in XS. Deshalb habe ich voll den Schnapper gemacht. Und zwar hat die gekostet von 119 Euro, 19,99 Euro. Und deshalb habe ich sie mitgenommen. Also für 120 Euro hätte ich sie mit Sicherheit nicht gekauft. Dann war ich noch bei Hallhuber. Da habe ich mir dieses Oberteilchen hier mitgenommen. Das geht allerdings zurück, weil ich das nicht mag, wenn das hier so ganz krass ausgeschnitten ist. Also das hätte hier ein bisschen abgerundeter sein müssen. Gibt es das Wort abgerundeter? Ich glaube schon. Jedenfalls geht es zu weit runter. Mir gefällt es vom Stoff total gut. Und es sitzt auch ganz toll. Aber wie gesagt, hier entsteht dann halt so ein Loch. Und das mag ich nicht. Das hat gekostet 34,95 Euro von 49,95 Euro. Aber wie gesagt, das muss ich umtauschen. Ich muss ja eh nochmal hinfahren, weil ich meinem Papa noch den Pulli mitnehmen möchte. Das war es also vom Outlet Shopping Tour Center. Ja, mein Deutsch gerade. Hier stehen übrigens auch noch unsere Kekse. Dazu kommt das Video auch bald. Das habt ihr euch ja gewünscht, meine Nusshörnchen. Ja, das werde ich alles schön verpacken beziehungsweise, ja, halt schön herrichten. Jetzt zeige ich euch noch ein Paketchen von MeinPunkt, das angekommen ist. Ihr wisst ja, wie sehr ich den Schmuck von MeinPunkt mag. Und jetzt schauen wir da mal gemeinsam rein. Ein kleines Unboxing. Und dann muss ich aber echt in die Küche, weil mein Mann ja gleich kommt. Oh, ich bin gespannt. Moment. Ich liebe den Schmuck von MeinPunkt. Da habe ich übrigens auch einen Rabattcode. RossellaMia17 nennt er sich. Und da könnt ihr schön Geld sparen, falls ihr noch was Schönes für Weihnachten sucht. Ich weiß ja schon, was drinnen ist. Tada! Und zwar eine wunderschöne Kette mit diesem Herz. Und ich liebe diese Art von Kette. Mein Gott, mein Deutsch heute, ne? Ist auch wieder wunderbar. Da habe ich euch mal eine Geschichte dazu erzählt. Zu so einer Kette von meinem Papa. Aber ja, egal. Jedenfalls kann man sich das Herz auch gravieren lassen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich wollte sie aber unbedingt in Gold haben, weil ich eine neue Uhr habe, die eben hier auch Gold ist. Und da passt es eben wunderbar dazu. Ich habe gar nicht so viele goldene Ketten. Bis auf eine, auch von MeinPunkt, genau. Und Ohrringe habe ich auch nur ein paar, die so vergoldet sind. Genau. Und deshalb passt es dann wunderbar zu meiner Uhr. Vielleicht auch für euch ein kleiner Geschenktipp. Eine kleine Geschenkidee für eure Mama zum Beispiel oder für eure Schwester. Könnt ihr schön was eingravieren lassen. Oder eben für euch selbst. Genau. Den Rabattcode, den schreibe ich euch mal unten in die Infobox. Genauso wie die ganzen Infos zu dem Edelstein hier von Oz Organite. Da ist übrigens auch noch Rosenquarz drinnen. Soweit ich gelesen habe. Und pinkes Tourmaline. Genau. Das wollte ich euch auch noch sagen. Und nein, ich muss das nicht alles dazu sagen. Also ich habe da überhaupt keine Vorgaben. Ich wollte es euch aber trotzdem zeigen, weil ich eben voll dahinter stehe. Genau. Alle Infos dazu eben auch nochmal unten in der Infobox. Und jetzt gehen wir gemeinsam in die Küche zum Kochen. Und heute Mittag geht es dann auf eine kleine Weihnachtsfeier. Das ist so ein Elterncafé von Lukis Schule. Da muss ich jetzt auch noch einiges vorbereiten. Ich habe auch extra noch ein paar Nusshörnchen extra dazu gemacht. Eben für diese Feier. Damit wir dann schön schlemmen können. Und ja, jetzt geht es wie gesagt in die Küche und dann zur Feier. Also bis später. Also ich zeige euch ganz schnell, was es heute gibt. Ich habe leider nicht viel Zeit. Deshalb mache ich nochmal dasselbe wie letzte Woche. Das hat uns so gut geschmeckt. Und deshalb mache ich das jetzt schnell für meinen Mann und mich. Für die Kinder gibt es dann was anderes. Die kommen ja aber später. Mein Mann hat ja nur kurz Mittagspause. Und zwar mache ich nochmal diese Bagels hier. Ich habe jetzt Hirtenkäse klein geschnitten, Gurke, Tomate, rote Zwiebel aus Tropea. Warum sage ich das immer dazu? Ich weiß es nicht. Dann Paprika und getrocknete Tomaten. Und hier habe ich jetzt noch frische Champignons mit Knoblauch angebraten. Das belege ich jetzt alles auf unseren Bagel. Danach kommt dann noch Pfeffer und Salz und eine Balsamico-Creme. Und dann lassen wir es uns schmecken. Aber ich zeige euch ja sowieso jetzt gleich das Ergebnis. Das Ganze mache ich wieder in meinem Molex. Hier mit diesem Abstandshalter. Damit die obere Platte nicht da drauf drückt und alles zusammen quetscht. Hier sind jetzt die Zutaten. Und das letzte Mal hatte ich gleich schon den Bio-Baby-Blattspinat drauf. Das mache ich diesmal nicht, weil das natürlich dann total verwelkt ist. Heidi, einfach mal Gehirn einschalten. Okay, das mache ich dann später drauf. Ich belege das Ganze jetzt und würde sagen, ich beeile mich. Okay, so sieht das Ganze jetzt aus. Bekommen wir wieder eine Maulsperre. Ich habe es schon auf Snapchat das letzte Mal gesagt. Wir haben echt lange überlegt, ob wir mit Besteck essen sollen oder so reinbeißen sollen. Naja, egal. Kriegen wir schon irgendwie runter. Mal rein. Ui. Das riecht so gut. Das riecht so gut, Leute. Ja, okay. Ist fertig. Jetzt kommt noch zwei Baby-Blattspinat drauf und dann essen wir. Schade, dass ihr das nicht riechen könnt. Tut mir leid. Und so sieht das Ganze jetzt fertig aus. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.